Mit 8 Auszeichnungen und 8 Nominierungen belegen Rammstein Platz 2 der erfolgreichsten Echo-Künstler. Es gibt Rock, Pop, Metal und es gibt Rammstein. Rammstein haben sowas Gnadenloses, sowas sind so outstanding. Und dann kommt natürlich diese unglaubliche Live-Performance, diese Live-Show dazu. Als Vorreiter der sogenannten Neuen Deutschen Härte feiert die Band auch im Ausland große Erfolge. Ich gebe zu, man gibt nicht gerne zu, dass man Rammstein gut findet. Ist überhaupt nicht meine Musikrichtung. Überhaupt nicht. Das letzte Video, was da rauskam, hat mich geschockt. Trotzdem erhalten Rammstein 2011 für Ich tue dir weh den Echo für den besten Clip. Das Album Liebe ist für alle da steht wegen dieses Liebes zwischenzeitlich sogar auf dem Index. Natürlich teutonisch. Das ist klar. Aber das muss auch sein. Das ist eine Darstellung, die muss auch sein. Berühmt-Berüchtigt sind die Berliner auch für ihre spektakulären Live-Auftritte. Sie haben eine Wahnsinns-Show, denken sie sich immer aus. Also sie sind eigentlich wie so eine Rock-Oper. Bei ihrem bisher einzigen Echo-Auftritt überzeugen Rammstein 2005 nicht nur mit fettem Sound. Hier ist kalt, so kalt. Und ich bin ganz nervös im Backstage rumgerannt. Und ich drehe mich so um und bin so voll im Tempo und renne voll an so einen Typen ran. Und ich guckte so hoch und dann war das halt der Till von Rammstein, der noch gerade dieses Kostüm anhatte, wo die ja so fett waren. Und bin total erschrocken. Und er meinte nur, hey, gehen wir dann später noch an einer Bar ein Tequila trinken. Und ich so, äh, äh, okay. Rammstein! Einen besonderen Platz in der Echo-Geschichte haben Rammstein auch als Band mit der...